und das ist bestimmt hallo leute willkommen zurück bei redbox für unser projekt deep diving simulator neue folge und ja da bin ich auch wieder zurück mit dem spiel ich habe auch wieder die grafik angepasst das läuft jetzt auch viel schneller aber ich hoffe auch nicht so schnell für euch für die ogen so ist und sage sammeln sie wissen das auch auf diese map da hat man auch 76 objekt zusammen ich habe jetzt schon 60 jetzt 61 ich muss mir auf das dass der ei kommt doch nicht so schnell ihre ja gut das ist rot ich soll das auch nicht sammeln ja die ei ist nicht mein freund sowieso sie wissen dass die eis sind nicht meine freunde ok erstmal ob seestern wie das an gesammelt ok ich habe den film gehört der delfin der ist da ok aber mal ich weiß nicht wo ist noch etwas zusammen ihre wir müssen alles sehen hier habe ich alles gesammelt ok wir schauen alles noch einmal gemeinsam oh nein 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 ich gehe wieder weg da hat er mich erwischt trotzdem ok weil darüber ist noch was zu sammeln das drück warum komme ich nicht irre da ist drück ok ja ihr auf die tempel sind sehr viel sache zusammen ok zum beispiel darüber ja darüber war das ja das war mit dieser versteck ok aber die versteck haben wir schon besuch so ich habe es probiert mit euch ja und ihr ist gefahren für mich nein da wollte man auch nicht aber das soll doch mehr objekt ihrer zusammen ich gehe weg ich gehe weg du hast mich nicht gesehen wir wollen doch der hat mich vielleicht gesehen aber kommen ja wie die performance das ist immer noch nicht so top ok ich habe ihn erwischt aber es bringt auch nicht etwas dem ei du kannst du wieder spaß hier gehen ohne mich ok weil ich habe auch nicht mehr so viel zeit das machte ob verschwinder nein der verschwinden nicht soll ich mich an mich mit einem aber ich kann keine lust der erwacht dass ich komme raus ja du erst mal weg geht doch weg jawohl geht doch nach oben und schaue ob ich komme wieder raus er will er will essen da das ist klar aber jetzt weg geht darüber spazieren du sollst nicht mich verfolge er kommt auch wieder zurück ok wie ich jage der diese aber das ist auch nicht sehen der sache ich sollte objekts haben okay ich habe noch vier minuten sauerstoffe weg was da kommt noch eine zweite ok 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 ich gehe raus ok da habe ich auch nicht so viel wieder gemacht ok zwei objekte gesammelt ok wir toren noch einmal ok wir sind zurück ja ich muss sagen dass die performance seit ich habe diese update installiert weil da war ein update ich merke dass die performance die sind auch nicht mehr so top ja wenn ihr irgendwie was wieder gemacht mit dem spiel ok ja gut aber jetzt nein nein war das wusste ich auch war oder zu wundern das hat mich gekostet sie können ich muss nein ja bei ihr sollt mal sagen sammeln aber da ist etwas was sollt ihr das an ok das heißt ich sollte weil ich habe auch nicht gewusst was das gibt die meine ok wir sollen etwas bewege das an ratzeln bestimmt ok nein das soll ich bewege auch nicht auch nicht ok wir haben ihre etwas zu machen da ist bestimmt wieder etwas versteck ok ob langsam ich muss auch ganz genau ja sie sehen dass es gibt ein system aha da gibt es ein system ok das wusste ich auch nicht ok aber sie sehen auch dass es werden auch nein vielleicht nicht mit das ja irgendwie steht auch diese teile ihr könnt man das schieben oder wie sieht so aus nein ja dann nehme ich schade das ist klar ok aber wenn ich mal mit dem pistolen aha 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 ich habe etwas gesehen ne ok 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 aber da kommen die ein wo ist der nein lass mich doch in ruhe weg 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 ich muss was mache was mache ok und dann hier muss ich ok und dann hier muss ich aber hat diese eier diese eier das ist auch nicht das macht keinen spaß einfach weg weg ok aber irgendwie es ist falsch das ist irgendwie mit einem system oder weg ok so wie ich sehe wir sollen das bewegen weg nein mal liebe wir sind zu zweit wieder nein verschwinde lass mich doch in ruhe jetzt jetzt wie viel sind sind das zwei ja zwei stück aber der erscheint einfach auch so gern ihre verschwinde weg 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 Okay, weg. Okay, aber da ist... Ja, ein Versteck. Aber erstmal sollen die ganzen Teile verschwinden. Weil das ist auch gefährlich für mich. Ich habe sechs Minuten noch Sauerstoff. Ich werde sagen, ich gehe erstmal oben. Lüfte schnappen. Und ich hoffe, dass wenn ich zurück komme, das ist auch wieder alles in Ordnung. So, es sieht so aus, dass wir haben etwas besonderes gesehen. Und jetzt muss man auch das komplett noch forschen. Okay, wir tauchen. Okay, wir sind zurück. Ich hoffe mal, dass wir haben das auch sogar wieder freigeschaltet. Diese Teile. Das war ihre. Okay, aber da ist denn diese Eier. Verschwinde. Verschwinde. Lasst mich doch Arbeit. Ah, nein, nein, nein. Das haben wir auch nicht freigeschaltet. Die Teile ist wieder da. Okay. Okay. Und das sollte ich noch einmal. Ich glaube schön. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss das noch einmal drehen. Oh, ich habe das nicht erwischt. Okay. Okay. Okay, das muss so aussehen, glaube ich. Und dann muss ich noch einmal. Okay, nochmal. So, das funktioniert jetzt. Oder. Ich weiß auch nicht, wie das war. Genau gewesen, aber. Ich muss sowieso wieder. Ah, zeitlich bewegt bestimmt. Oh, aber das ist falsch. Und das ist bestimmt. Jetzt. Nein, das hat sich auch nicht bewegt. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch nicht aufgepasst, wie das war. Ich habe auch Plassier. So, dann würde ich sagen, drehen wir noch einmal dem Typ hier. Ja, bei Sauerstoff habe ich auch. Gut, ich habe noch elf Minuten Sauerstoff. Aber da muss ich mal auch sehen, wie. Ja, da sollte sich die beide. Bewegen wir. Oh nein. Schön wieder. Schön wieder. Schön wieder. Wird er mich erwischt? Oh nein. Das macht keinen Spaß. Der hat mich ohne zu Grund genommen. Oh nein. Da ist er. Da ist er. Der Kumpel. Der Kumpel ist da. Aber dieser, der ist nicht allein. Da kommt eins, zweit. Ja, genau. Der zweite war da. Sogar ein Tritt, oder? Nee, nee, nee. Uah. Uah. Lassen Sie mich doch im Ruh. Okay. Boah. Okay. Ich kann auch. Ich kann auch Ihre, Ihre, doch. Haben Sie auch gesehen, hm? Es sollte mal Ihre Versuch, aber. Uah. 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 Wie klasse ist das, hm? Uah. 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 Ich werde sage, ich versuche mal, zu tauchen. Ich komme auch nicht rein. Uah. Schlechte. Ja, ich muss die Teile wegmachen, aber ja. Jetzt ist die Sache. Das sollte ich das bewegen, aber. Okay. Irgendwie, etwas hat sich frei gemacht, oder? Ich habe keine Ahnung. Uah. Diese Eie, diese Eie. Verschwinden doch. Ja, diese Part, die ist auch nicht so leicht, hm? Ich schau dir das an. Das sind zwei Eie. Ja, okay. Der geht nach oben. Ohne. Nein. Der hat mich auch ein wenig erwischt. Weg. 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 Weg, weg, weg. Das schaffe ich das nicht, einfach für den Moment. Aber warum sind die da? So, warum passieren die, wo ich muss arbeiten, hm? Weg. 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 Oder ich soll nicht... Soll ich denn versuchen? Okay ich werde sagen. Ich könnte mal versuchen ein Eier zu jagen. Nein. Das hat nicht geklappt. Jetzt, jetzt. Ah was? Ich muss ihn umbringen. Weg. Ja gut. Das bringt mir auch nicht so viel. Wir sehen auch, dass ich einfach gar nicht jagen kann. Ja, aber hier her. Ja, ich habe auch sowieso weniger Sauerstoff. Ja, ich muss das bewegen. Das ist klar. Aber die Ordnung. Was soll ich noch? Ich habe auch nicht aufgepasst. Ja, okay. Die beiden sind so. Ja. Ich komme auch nicht dazu das zu bewegen. Es ist schwierig. So, das ist schwer jetzt gerade. Gut, ich habe noch 2 Minuten 40. Sauerstoff. Da muss ich etwas bewegen, aber ich weiß nicht was. So, die Richtung muss ich schauen. Okay, so war das nicht. Okay. Versuch mal so. Aha. Jetzt. Das hat sich etwas getan. Dann muss ich bestimmt, dass ich das noch bewegen kann. Dann muss ich bestimmt, dass ich das noch bewegen kann. Ja. Okay. Ja, aber ich habe auch so wenig Sauerstoff. So Sauerstoff ist auch nicht mehr da. Ja, gut. Ja. Okay. So erstmal muss ich schauen. So einmal so rumgekehrt. Okay. Okay. Ich habe 1 Minute 23. Ich werde sagen, ich stoche trotzdem mit dem Gefahr. Ja, weil das kostet auch einfach. Oh nein. Da fliegen die überall diese. Oh. Ja, ich habe keine Lüfte mehr gehabt, weil dieser Teil hat mich erwischt. Okay. Okay, aber wir versuchen noch einmal. Aber jetzt, ich habe verstanden. Okay. Okay, wir sind zurück. Jetzt habe ich verstanden, wie das auch gestand, normalerweise. Und da nehme ich auch direkt diese Pistole und dann machen wir das auch ganz genau. Oh. Oh. Ja. Diese Eier. Erstmal weg. Ja, verschwinde. Du bist nicht willkommen. Okay, so wie das auch gestand. Es war. Ah, ja, ja, ja. Jetzt bin ich zu schnell. Okay. Okay. Das war das nicht. Noch einmal muss ich umdrehen. Okay. Und der Mordere muss auch einmal drehen. Ich glaube. Hä? Jetzt. 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 Geschafft. Okay. Okay. Jetzt muss ich an die Teile gehen. Ja. Sehr gut. Weil die Teile ist so schwer. Ja. Sehr gut. Okay. Jetzt kommt die ganze Teil wieder raus. Okay. Hoppla. Ich bin noch mit meinen Pistolen. Ich weiß auch nicht wie lange. Es dauert jetzt. Dass die ganze. ganze Fisch oder ist das ist keine Fisch. Dass die gehen wieder nach oben in dem ganze normalen. Alle. Okay. Aber für den Moment. Da fliegt nur ein paar. Aber die Reste bleibt da unten. Soll ich jetzt. Versuchen. Oh nein 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 nein. Uh. 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 Super. Das wird mich erwischen. Nein. Okay. Okay. Gut. Wir sollen toren. Dann toren wir. Weil ich glaube das kommt auch nicht mehr etwas großartig raus. Aber da muss ich aufpassen. Was ist das? Okay. Aber da ist etwas Besondere zusammen. Ja. Okay. Aber ich muss aufpassen. Könnte ich das nehmen. ja das wird mich erwischt das ist klar aber wir sollen unbedingt das teil hier mitnehmen ich weiß auch nicht was das ist vielleicht war das ein freigang zum etwas anderem ja ok oder mysteriöse item ok ok ich muss nach oben geh wieder nein ah das hat mich erwischt ok aber wo ist die ausgang jetzt ja jetzt dass die frage wo ist die ausgang da komme ich auch nicht raus hier nein darüber ist die ausgang ok 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 raus 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 in die letzte minute in die letzte minute haben wir das geschafft aber das war nicht leicht gratulation du hast ein neuer ort freigeschall freigeschaltet tiefenwald ok gut ich werde sagen wir gehen zurück zum ob menü okay wir haben eine relikt gefunden und da scheint dass es kommt noch zwei teile weitere teile dazu aber die sind noch im wasser ok 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 die fahrer ist das werden die nächste mappe tiefenwald ok da bin ich mal gespannt und wie gesagt jetzt wir haben eine relikt gefunden da fällt noch zwei teile bestimmt ist das verteilen in diese andere mappe aber das werden wir auch das gemeinsame erforschen und gemeinsam erleben ich wünsche euch alles gut und wir sehen uns noch tschau macht's gut ainda nicht ja 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 ja